Oh, Leute, guckt Julis Vlog, Leute. Juli, man vloggt wieder hier. Krasser Vlog, hast du geguckt? Ja, natürlich. Natürlich habe ich den nicht geguckt. Nein, ich habe den nicht geguckt, der war gut. Freschheit. Schaut mal an Kati. Warum seid ihr ready, etwa? Angelo, du hast da was im Gesicht. Wir machen jetzt mal eine Skincare-Routine, okay? Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber egal.